Hallo ihr weihnachtlichen Panzerfahrer da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen weihnachtlichen Livestream-Informationsvideo. Morgen oder aus eurer Sicht vielleicht auch schon heute, zumindest am 16.12., da sind wir uns einig, da ist Samstag. Und an diesem Samstag findet ausnahmsweise nicht nur ein Livestream auf meinem Twitch-Kanal, also twitch.tv-mörb statt, sondern gleich zwei, der erste um 15 Uhr. Gemeinsam mit Chrysanthos werde ich einen sogenannten Ugly Sweater Livestream machen. Also im Grunde fahren wir eigentlich World of Tanks und jeder von uns hat gesagt, er zieht den hässlichsten Sweater oder den hässlichsten Pulli, an den er finden kann. Ich habe da auch schon einen, der auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr hässlich ist, ja. Das geht so circa bis 16.30, 17 Uhr, dann gibt es eine kleine Pause und in der Zwischenzeit hat dann auch schon, und da will ich euch dann auch gerne hinschicken, wenn ihr dann bei mir vorbeischaut und hoffentlich auch bis zum Schluss bleibt, findet dann der sogenannte Gamer4Kids Spenden-Marathon statt. Der beginnt offiziell um 15.30 Uhr und geht dann bis Sonntag um 15.30, wobei ich erst dann wieder um 22 Uhr, das ist dann der zweite Livestream, wieder einsteigen kann und ich habe vor, im Grunde mehr oder weniger fast die Nacht durchzumachen, sofern ist mein Gesundheitszustand weitgehend erlaubt. Ich hoffe, es geht mir gut genug. Ein bisschen erkältet bin ich, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Und ich hoffe natürlich, dass in dieser Zeit auch der eine oder andere einfach ein klein wenig für den guten Zweck, für die Kinder, für ein Kinderhospiz, das sogenannte Kinderhospiz Sternenbrücke, ein bisschen was spenden wird. Also wenn dann morgen gespendet wird, dann bitte nicht an meiner einer, sondern an den von mir eingeblendeten Link direkt an das Kinderhospiz. Ich freue mich auf euch, liebe Leute. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich. Ich wünsche euch bis dahin schon mal ein schönes anfängliches Wochenende und natürlich dann auch noch viele gute Unterhaltung bei den Livestreams, die dann gemeinsam mit mir, Grisantos, aber auch Motality, der da auch mitmachen wird und Driverin und auch ein paar andere, also da sind mannigfaltige Leute dabei, eine ganze Reihe von verschiedenen Streamern, die sich alle hier der guten Sache verschrieben haben. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal.